Ich habe in diesem Video was richtig cooles für euch und zwar wie ihr in GTA 5 Online jetzt schon das Auto aus GTA 6 bekommen könnt und zwar dreht es sich hier um dieses Fahrzeug, was ihr im Hintergrund gerade sehen könnt dieses Fahrzeug könnt ihr in GTA 5 Online bekommen und das Ganze ist ganz einfach ihr geht einfach zu Simeon in dieses Luxury Motorsport das ist eigentlich ganz simpel da müsst ihr eigentlich nur hin seid ihr dann bei Simeon in diesem Luxury Motorsport könnt ihr auf der Karte by the way hier finden habt ihr hier schon das Fahrzeug und zwar ist es der Declasy Tulip und dieses könnt ihr euch hier kaufen für 736.240 Dollar da könnt ihr das kaufen und dann habt ihr schon mal das Fahrzeug by the way das könnt ihr nur hier kaufen nicht auf der Website oder sonst was nur hier und jetzt damit ihr auch wirklich das Fahrzeug wie in GTA 5 bekommt gehen wir jetzt erst einmal in die Tuning Werkstatt ich mache euch jetzt ein kleines bisschen Musik an und ihr könnt dann das Tuning einfach mitverfolgen und euch dann das GTA 6 Auto nachbauen und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen hoffe euch hat es gefallen wenn ihr gerne dann da habe ich nach oben ihr seid gerne auch ein Abo und dann sage ich macht es gut haut rein und ciao ciao ein Abo Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.